Willkommen zurück, hier auf Traffi zockt. Mit dabei ist der jute alte Tomek. Natürlich, natürlich, klar. Heute in einer neuen Runde Halo, Halo Wars 1. Ja, Traffi, erzähl mal, ist ja dein Kanal, was ist denn hier, was machen wir heute? Ich weiß auch nicht, wir kommen hoffentlich am Relikt an, so wie die Mission hat da gerade uns erzählt, wie die heißt, Ankunft am Relikt, also. Ja, sicher, grob Kampagne. Wenn wir wahrscheinlich, ja, ein bisschen Leute wegschallern wieder, dann freuen wir uns darüber, oder wie, oder was. Immer mal rein und gewinnen und die Besseren werden gewinnen, oder? Ja, sicher. Ich werde noch einen letzten Blick drauf werfen. Die Reichen werden ungeduldig, wir können nicht länger warten. Und wenn die Infektion das Relikt befällt? Dein Leben interessiert mich nicht. Öffne das Relikt. Sieh an, sieh an. Siehsam, öffne dich. Wie kommt es, dass Sie Ihr Labor auf meinem Panoramadeck aufgeschlagen haben, Professor? Mir gefällt die Aussicht. Sie verleiht meiner Arbeit eine gewisse Perspektive. Forge meint, es ist unten noch nicht sicher genug für Sie. Und er kann sehr stur sein. Oh, ich kann auch sehr stur sein, Captain. Und ich kann auf mich aufpassen. Wissen Sie, womit wir es da unten zu tun haben? Ich habe nur Theorien. Ich werde mehr wissen, sobald ich dort bin. Ich genehmige die Mission, aber bei der kleinsten Gefahr ziehe ich sie ab. Haben Sie das verstanden? Verstanden, Captain. Wie war ich? Die Menschen kommen immer näher und werden bald hier sein. Unerheblich. Eure Informationen sind Ihnen desreizvoll. Allerdings müssen wir schützen, was wir hier entdeckt haben. Bringt die Sprengladungen an und zerstört hier alles. Das heilige Relikt zerstören, ihr beliebt zu scherzen. Die Reise verlangt Opfer. Bringt die Sprengladungen an und kommt zurück. Unsere Geduld ist nicht unendlich, wie ihr befehlt. Serena, wir müssen die Alpha-Basis wiederherstellen, bevor wir die Mission fortsetzen. Captain, die Energieversorgung der Basis ist offline. Wenn wir sie reparieren, wird die Abregelung aufgehoben und die Türen werden sich öffnen. Die Alpha-Basis, die letzte Mission, die werden wir jetzt erst mal aufbauen, oder? Ja, sie geht, sie geht. Die ist das übliche, wie immer. Es gibt Nachschub und Energie. Ja. Hat sich nicht geändert, auf jeden Fall. Die Basis ist wieder einsatzbereit. Können wir gucken. Ja, Versorgungsmodul, also Nachschub. Hab ich gemeint, hast du ein Fahrzeug oder sowas? Ich hab nur Laufkundschaft hier. Laufkundschaft? Guck mal, ob du vielleicht die ganzen Energiedinger sammeln kannst. Ja, ja, mach ich schon gerade. Ich bin schon am Walken hier. Kaserne ist am Start. Gleich am Start, sagen wir so. Kaserne vollständig. Wir brauchen eine größere militärische Präsenz am Boden. Ja, ja. Ich baue mal ein paar Trüppchen für dich. Na, klar, die, die. Ich baue mal drei Stück. Geil, da kommen die Marines erst mal an. Aus der Kaserne aber, ne, Digga? Ja, nee, woher denn sonst? Ja, ne, ja, gut. 400 und 0 Festung. So, erstmal die Festung. Ja, ich bin dabei. Also den Reaktor brauchen wir wahrscheinlich auch, oder? Yes, Sir. Brauchst du einen? Dann brauchen wir doch mal einen. Ja. Reaktor vollständig. Ein Nachschub. Links, Reaktor, das ist online. Noch ein Nachschub. Passaufgussmodul vollständig. Fahrzeugdepot. Modul depot. Oh, das ist ein Geschicksturm. Ballervoller Dingen. Ja, erstmal wieder sammeln hier, ne, den muss. Also auch, bekämpfen sich zu der Struktur im Eis durch. Echtern sie ein Versorgungsmodul, euchen sie eine Kaserne, bilden sie 5-Marene, ausbringen sie die Alkabas online. Haben sie schon angebracht? Nein, ich glaube, die ist online, würde ich sagen. Ja, ist er. Ach ja, man kann ja auch mal nicht aufrüsten. Boah, Euro kostet ein bisschen. Na klar, Tiggi. Warte, haben wir denn hier? Frischfleisch. So, hier geht er mal auch rüber. Au rüber. Allerdings kann nichts kommen, ne. Mehr Ressourcen benötigt. Mehr Ressourcen benötigt. Aber wieso denn jetzt? Jetzt freue ich mich auch. Fangen wir uns mal ein bisschen an, hier mal. Ja, wir müssen mal. Ah, ne, schau mal. Ein bisschen Action, ne. Action und Sejaxen, oder wie? Hm? Ah, was ist mal hier überfahren, oder? Oder, ne, doch nicht. Knocht zu überfahren. Ah doch. Oh nicht. Hä, was macht er denn da? Ah ja. Mucht macht's da, der Junge. Oh. Zurück, 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 zurück. Da kommen gleich die Alions runter. Ja, ich sehe das schon. Oh, unten. Oh, 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 oh. Kann man die, ah, kann man so gucken. Flammenmörser, Raketenwerfer, umbauen auf Raketenwerfer? Könnte man eigentlich? Die Türme? No. Also doch, Leo, hier bleiben wir erstmal ein bisschen, Alter. Oder einer zumindest. Oder einer zumindest. Wird so auf Achse gehen? Ich finde es ja irgendwo Nachschubdinger oder sowas, weißt du? Dann baue ich ein bisschen die Basis auf und verteidige die. Ich würde mir dann noch zwei Warthogs mitnehmen. So einfach, um ein Vehikel zu haben auch. Ja, mach mal Warthog. Dann würde ich gleich mal losstapsen. Geschütz ist vollständig. Ja, ja. Geschütz Das ist vollständig, sagt er sich da, hm? 150 kosten hier, gell? Kannst du auch einen Panzer machen, ne? Ein Skorpion. Ja, ich... 500 Ressourcen kostet der. Oder wir sparen auf Ressourcen, dass ich die, äh... Wird erstmal sparen. Ich geh jetzt ja erstmal auf Achse und dann gucken wir mal, was da überhaupt so los ist alles. Hm. Na, was liest du denn hier, Warthog? Mach mal fertig da jetzt, Alter. Jetzt sollen du hast ja schon mal da, Alter. Ja, wie überhaupt mal Zeit, dass du unterwegs bist, Alter. Guck mal, mach mal rein da, Alter. Gehen mit dem linken Fight-Taste kannst du zur Basis springen direkt. Mit der linken Fight-Taste? Mhm. Mit der linken Fight-Taste? Hm. so dass er mit der wer ist jetzt hier da kann ich nichts mehr machen das alles full haben wir überall ja haben wir da kommt das nächste schiff hier oben ist was da kann man da kann man lang fahren der walski ist durch jawohl achte noch geschafft der wien krass ich rüste mal auf rakete auslöger so alle vier tümer auf rakete gemacht hier oben sich ein paar ressourcen die kann man sich so nach oben wir sind keine einheiten was in der basis entdeckt oder was zwei marines verflammenwerfer ja ich sollte ich mir doch mal sonst kopieren mitnehmen ja ich hab auch einen ach so dann baue ich mir auch mal einen oder was riano wir dürfen jetzt nicht angreifen warte dass wir ressourcen kriegen erst mal ich brauch 1200 um einen reaktor zu machen noch einen dritten und dann kann ich den scorpion erst mal ausbauen weisse ich brauche noch einen reaktor auf jeden fall hier oben war alles weg da unten ist alles weg kannst du gleich noch so ein wort auch unseren baue und ein paar truppen für euch geht das war mir noch mal in nunsten in den spaß also die basis weil der dumm erwartet hier gibt es noch ein paar posten warte mit dem mit dem panzer hinterherkommt weißt du naja jetzt jetzt mal gucken mal gucken mal gucken geht der platt geht der platt hier volks geht weg ihr solliger das schiffchen hat die gegner anbringt transport schiff immer weg damit keine chance gehabt aber warum kriegen wir keine wort box digger das ist die frage ich glaube ja hier ist auch jetzt ein vehicle für dich noch mal hier oben oder nur die laufkundschaftige also weiß ich jetzt nicht das muss ja eigentlich nicht sein ich bleibe mal glaube ich hier erst mal oder ja mach mal ruhig befreien sie alle gefangenen war talks 0 von 2 was du dort zu tun hast du musst mit deiner laufkundschaft durchgehen und den dings im arsch machen hier links hinter dir quasi unterkundschaft ja nicht mal erstmal hier dann dritten reaktor rein so und jetzt können war gleich spielte granaten aus auswählen und forschen da sehe ich uns da sehe ich uns jungen klar aller kommt neues schiff die strahlung ist hier am stärksten so vor schon mal dinge näher frischfleisch kann man aufforschen wenn kann man aufforschen bisschen bisschen stoff einer hat ist das denn hier hat er zieht doch so aus oder kieks immer nach oder wenn wir kicken auch noch wenn wir die raffinerien hochjagen erwischt ist auch die luffahrzeugdepots toll ok ja klar dann gib ihn ja mit der freie alter frischfleisch sprich hatte für osch so gucken wir mal weiter nach den kann man reinziehen weg mit dem muck ja sogar noch nicht dann anwenden immer besser und besser jetzt napalm herr walski podolski ich höre nur so explosion von hier unten so ganz dumm ich glaube hier sind ja noch wir sind hier vortox drin die hier gibt es ein bisschen schützen sagen ja da gehen wir noch ein dinge mehr ressourcen benötigt hier ja napalm wird auch jetzt erforscht noch mal ganz schnell ist das für den wort ja ich glaube schon ja es ist dann machen wir mal für ein wortox und black box eigen gesammelt die black box weiß ich nicht glaube auf jeden fall eine folge aufhören scheiße ich bin gleich schon mal an der brästig darum ist auch noch was das ist mir rechts hier sind die wortox rechts guck mal also hier wo ich bin auf der karte da sind die anderen wortox gekommen denn dahin von hier die base können wir zerstören das ist noch nicht beendet noch ja das fahrzeug die da sehe ich mich drin ort ob müsste auswärter sein deiner mehr ressourcen benötigt mehr ressourcen benötigt mehr ressourcen benötigt so guck mal hier sind doch noch ein paar sachen zum sammeln hier auch oder auch nicht fahr mal hier runter ja erledigt ganz da kommt noch wir haben ein panzer zerstört in die base zurück ich habe jetzt einiges ja ich sehe dort schon digga nur noch 5 1 ach du scheiße der den panzers kostet glaube ich drei aber ich gehe jetzt auch hoch auf jeden fall den schweine einfach durchdruck gemacht weiß ich nicht die die weg mit dem schmutz junge wie viele sind denn hier ist ein bisschen party und soll ich die sache junge wie viele ach du meine helden wurden nie mal gestreckt wo bist du denn da oben oder was ich bin da oben bin ich tot tot ne ja da bin ich harte artillerie kommt digga ich bin auch tot digga ja moin jetzt erfährt sind wir die base jahre transfer pf ist nicht okay man kann das mit spezial ich weiß nicht was wir gucken wir können ja immer so luft angriffe machen so ein kackpreis ich wollte doch mal nicht so wie gut denn scheiß jetzt alter mann oma noch mal knapp knapp das wird knapp wo kommt er her also zu ich wollte schon sagen fast wieder leben beim boy wieder oder nehmen auch nicht jetzt aber ich fange zu sein ist eine auswander keine ahnung ich glaube nicht und er doch ist der namen oder es kommt keine schweine mehr heraus ich glaube wir können der basis aufbauen gleich schnell kannst du gleich machen wenn du willst ja guck mal wasser im liegen muss ich überhaupt einen hatte ja durch du hast auch einen helden glaube ich da oben ist es geht so zu den ganzen missionen ende nach wir müssen noch hier rechts die warthogs befreien auf jeden fall erzählen mission aber auf jeden fall hier geschützt werden wir auf alle fast sie gleich hier kommen hast du gebaut die versorgungsmodul machen wir auch den ganzen ziel wer ist das kasseln oder so dahin von hier aus wenn wir ein paar truppen von hier aus können also war ein feindlicher angriff so gehen wir mal die scheiße direkt weg machen das wird ein paar einheiten so einen warthauk da hast du ja dann schien wir doch mal hier noch immer oder wie oder machte sie ja hart am schreiben können wir eine festung machen das nicht du bist ja hart am bauen mein ich kann die feste noch weiter auf zwei plätze kostet 400 und kurz wartet ach so ja schulz geil die alte auf zwei gebraucht haben wir los oder die gier wenn dann arbeiten wir hier vernünftig ich ja festungserweiterung vollständig panzer oder gleich ich würde noch mal einmal einen reaktor bauen wir haben schon sechs lieber nachschub brauchen wir eh mehr so brauche ich mir ein pfanzer alter hast du ja da können wir nicht genug haben wir brauchen ja ressourcen wir müssen ja was bauen können mal nach der da ist ja jetzt schon welche ja ich glaube die schildern meine ich sorry wir müssen bei dem panzer und dann können wir nach oben oben dann fand das noch da da geht es nicht ja mal rein in die holger die partie kann wir gehen das stimmt die sprengladung entzündet ist unsere mission gescheitert finden sie den zünder irgendwo dahinten nr hier ist er zu noch schon naja weg mit euch geiler hast du wieder gold der frau uns rüber ort was sehen wir uns dort drin 73.721 punkte haben wir gemacht nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht dann würde ich mal sagen wir sehen und hören uns bei nächsten mission